Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Dead Space Teil 2. Wir sind wieder hier in diesem Einkaufszentrum oder was das war, hier bei den Apartments und sind auf eine weitere Überlebende gestoßen, nämlich eine gewisse Alley. Und sie scheint sich zu wehren können. Aber sie... oh. Oh ne, echt? Der schießt ja hier gegen die Wand und ich bin da mit meinem Punkt. Das ist aber ein Scherz. Ah, gegen die ist die Waffe gut. Ein Schuss, hervorragend. Wir können ja auch eigentlich so ein paar Leichen einfach reinpfeffern, das muss doch abgehen. Gehen wir erstmal hier hinten hin. Ein Shop. Schema abgeben für Platz. Und wir kaufen uns noch ein paar Knoten. Ah, wir haben nur noch 1000. Stase behalten wir. Sucherprojekt hier behalten wir dann besser auch mal. Zusätzliche Ripper-Klemmen brauche ich nicht. Detonator-Mine haben wir nicht bei. Ich glaube, die Detonator-Mine wäre super gegen die... Gegen die... wie heißen sie? Gegen die Babys und so. Aber vielleicht tue ich den Ripper weg. Und nehmen wir stattdessen den Detonator. Können wir mal testen. Der müsste jetzt hier an der rechten Position sein. Genau. Also, ich muss auch erstmal gucken, wie das genau nochmal geht. Ich glaube, wenn ich den schiebe... Was macht das? Hatte ich da nicht ein Sekundärfeuer drin? Drücke RB, um die zuletzt gelegte Mine zur Bergung zu entschärfen. Ah, okay. Alles klar. Also, das heißt, ich schieße die, dann liegen die da und wenn die da hinrennen, dann werden die zerfetzt. Ist also eigentlich auch nicht schlecht. Ich denke mal, gegen Babyhorden sehr gut. Und... Vielleicht auch gegen diese komischen Rammviecher, die mich die ganze Zeit nerven. So, wir testen das doch direkt mal. Ja, und gegen die kleinen auch nicht schlecht, ne? Eine rein und dann war's das. Leider haben wir nicht so viel Muni dafür. Ja, wir haben auch einen Schuss noch. Was? Ich höre es genau, Gluckern. Hier ist irgendwo noch einer. Ne, hier ist irgendwo ein Teil am hängen. Ah. War das das Teil? Ich muss immer noch Gluckern. Stimmt aber es nicht. Legen mich doch ein. Da ist doch irgendwo eine... Ah, da ist einer hinter. Nicht mit mir. Wir schauen gerade mal, ob ich noch ein paar Minen habe. Brennstoff, Flammenwerfer, Detonator-Mine. Sehr gut. Bewegt die mal. Die nehmen wir mit. Also, wir müssen auf jeden Fall die Kapazitäten der Waffen erhöhen. Das ist wichtig. So, auf jeden Fall von denen hier, die so wenig haben wie drei Schuss, das ist ja nix. Shit, was war das denn? Das gefällt mir gar nicht. Sonst war ich gerade voll verlangsamt. Stehen bleiben. Hinten abarmen. So, diese Mine da hätte ich gerne wieder. Dankeschön. Dankeschön. Wo ist der hier wieder? Der da oben, ne? Sehr gut. Medipack nutzen wir direkt. Okay, wo ist noch jemand? Hab ich nicht gesehen. Ah, shit. Nee, das war gar nicht das viel, was ich am hören bin. Wo ist das? Ich seh's immer noch nicht. Und wenn ich gleich näher gehe, dann krieg ich's voll ab. Will ich nicht. Wo ist das? Ah, das da. Aber gut getarnt. Das hat man nicht richtig sehen können, ne? Jetzt sieht man's auf einmal voll. Hm, seltsam. So. Die können wir komplett nehmen. Ja, und noch eine davon. Sehr gut. Ein paar Projektile, die wir eigentlich nicht brauchen. Wie viel Platz haben wir jetzt noch? Ja, das ist noch. Hm, ja, das gefällt mir gar nicht. Kinderstation. Oder sogar Schule. Grade 3. Ja, Babys. Babys. Aber Babys sind besser als die Kinder, würde ich sagen. Bist du dumm? Blatsch. Ja. Die sind nämlich kleine Bomben, diese Mistviecher. Die können da aber leider immer noch nicht rein. Okay, 15 Minuten Pause. Spielschiem. Kinder-Tagesstätte. Ja, das wird ja ein Spaß. Doe een remainder. Ja, das ist weg. Hö som plaatsch. Hö som plaatsch. Hö som plaatsch. Hö ho sag. Hö 신 palatsch. Atem invisibles. Und da isténomін � усwärt. Ich höre immer noch welche. Shit, shit, weg hier, weg hier, weg hier. Ja, das ist absichtlich schwierig gemacht wegen der Kameraführung an der Stelle. Okay, das ist schön gewesen zu sein. Okay, da kommen wir direkt nach rechts. Nur ein gesunder Schüler ist ein guter Schüler. Ein Textlog, was ist hier passiert? Bericht 8022 der Schulschwester. Die Kinder sind viel zu wild auf dem Spielplatz. Gestern haben sich Schüler mit Kratzern und Aufschürfungen hier fast die Klinke in die Hand gegeben. Ein paar der Verletzungen waren so schwer, dass die Kinder ins Krankenhaus mussten. Ich mag altmodisch sein, aber ich glaube, das gehört zu den Problemen, wenn Kinder auf einer Raumstation aufwachsen. Kinder brauchen einen Planeten mit frischer Luft und freiem Gelände, auf dem sie spielen können. Ansonsten drehen sie durch und fangen an, sich gegenseitig wehzutun. Das All ist in meinen Augen kein Platz für eine junge Familie. Das denke ich auch. Das Problem ist, dass der, wenn ich jetzt einfach B drücke, den Stärkeren nimmt. Und dann benutzen wir lieber so. Ja, wird abmählich ziemlich verrückt. Vier Klasse. Wo sind sie denn? Da sind sie. Da sind sie. Okay, wir lassen die mal da, falls sie mir noch mal in den Rücken fallen wollen. Kann ich später immer noch abnehmen. Oh, vorbei gefasst! Also, der Detonator ist ziemlich cool. Keine Frage. Da-da-dum-dum-dum-dum-dum-die-Mucke. So, jetzt sollte ich mir vielleicht doch besser den mitnehmen. Hier ist recht hängend, da sollte ich vielleicht besser die Knarre nehmen. Okay, hier haben wir... Ach, wie lustig, dass ich mich erschrecke. Gott. Okay, das hier ist auf jeden Fall explosiv. Ich würde vielleicht mal da hinstellen. Ich glaube, wahrscheinlich kommen Horden von Gegnern. Komm, 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 komm. Das war knapp. So, was jetzt? Shit, shit, shit. Viel zu viele, viel zu viele. Komm, kannst du da runter springen? Kannst du nicht. Ich hätte vorher ganz viele Minen legen sollen. Dann wäre es, glaube ich, gar nicht gelaufen. Dann wäre auch der spannende Effekt und der Kampf jetzt gerade nicht gewesen. Also, erst mal nachladen. Alles voll machen. Und wir könnten zwei kleine wieder aufnehmen, ne? Genau. Und wir könnten zwei kleine wieder aufnehmen, ne? Okay, da sehen wir schon, da hinten ist ein Texler. Die Pause ist zu Ende. Kein beaufsichtigender Lehrer, okay. Aber noch ein bisschen Geld. Gehen wir erst mal hier rein. Ein weiteres Texler. Kinder spielen verrückt. Lehrerbericht, drittes Semester, 3813. Ich weiß ja, dass Kinder eine blühende Fantasie haben, aber langsam wird es lächerlich. Die Hälfte meiner Klasse hat inzwischen imaginäre Freunde und behauptet, es sei ihr verstorbene Großmutter oder so. Ne, alle betroffen vom Marker. Normalerweise wäre das kein Problem, aber es wird immer schwerer, die Kinder zur Konzentration zu bewegen. In diesem Semester habe ich mehr Kinder auf dem stillen Stuhl geschickt, als in meinen ganzen zwölf Jahren als Lehrer zusammen. Vielleicht haben diese Kinder Ärger zu Hause. Mir ist ebenfalls aufgefallen, dass das Interesse der Eltern dieses Semesters stetig gesunken ist. Okay. Flammenwerfer, den ich wohl nie nutzen werde, den fand ich nicht so dolle. Schnell leer und war nicht so gut. Auf jeden Fall im ersten Teil nicht. Läuft mich durch die Warnung. Hast du Angst, du schneidest den Puls an und aus, wenn du jetzt zuhörst? Ich hör mir das nicht an. Strauss kannst du täuschen, aber ich weiß, dass du nicht real bist. Du behauptest, ich bin nicht real und doch bin ich hier. Du bist nur eine Halluzination. Strauss weiß, wie man dich zerstören kann, wie man den Marker zerstören kann. Wir werden dich vernichten. Wie praktisch. Wir stören den Marker und alles Leid, alle Schmerzen verschwinden. Steh dir doch noch vor, Isaac. Du musst nie wieder auf dein Herz hören. Wir verlassen die Kindertageseinrichtung. Also die Schule. Das war ja gepaart. Schule mit Kinderkunden. Noch einen Überlebenden ist, was erkennt sie. Isaac! Ich sagte, keine Bewegung. Ellie, ganz ruhig. Sein Name ist Strauss. Ich kenne ihn. Er sieht psychomäßig aus. Ich brauche ihn nicht. Keine Bewegung. Ellie, er muss am Leben bleiben. Ich brauche ihn. Scheiße. Okay, Isaac. Ich bringe ihn zum Knoten. Aber wenn er irgendwas Dummes macht, irgendetwas, knall ich ihn ab. Hoffentlich macht er nicht was Dummes und knallt dich ab. Durchgeknallter Irrer. Dem traue ich immer noch nicht. Ich probiere ihn. Verượbe ihn. Er macht ein Wunsch. Ja unique warte Gnwurk und Mmd. 3 Halten ichOP. Ach Іng gärt only sich, was ich ein Sturz? Vai öle symp caten. Sut happens an zu sperieren. Nö. Transit-Knoten. Isaac! Wir sind hier drüben! Kommen Sie! Kommen Sie! Ich würd mich gerne erstmal gucken. Naja, das weckt böse Erinnerungen. Erst heute Morgen bin ich nur knapp aus dieser CEC-Einrichtung entkommen. Sie sind von der CEC? Baumaschinenfahrerin Klasse 4. Und Sie? Mechaniker. Ein Nerd. War klar. Das ist doch super. Scheiße. Es ist dunkel. Im Dunkeln wird er mich finden. Klappe. Es ist ein Stromausfall. Alles in Ordnung da oben? Nein. Scheiße. Die Lebenserhaltungssysteme sind auch aus. Das ist nicht gut. Nee, das ist gar nicht gut. Unsere letzten beiden Flüchtlinge. Glückwunsch Cross. Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit. Mir fällt auch nicht, dass Sie Leichen sind. Die Bahn ist allerdings außer Betrieb. Sind Sie verrückt? Sie haben das Lebenserhaltungssystem gekannt. Sie könnten auch Überlebende sein. Der öffentliche Sektor ist schon so gut wie verloren. Und ich würde nicht zulassen, dass Sie entkommen. Leben Sie wohl klar. Okay. Frage ist, wo ist hier eine sichere Stelle? Wo ist hier eine sichere Stelle? Ich kann sie nicht alle aufhalten. So. Das hat irgendwie nicht viel gebracht. Ich kann sie nicht alle aufhalten. Ja, Mistvieh. Ich glaube, das waren erstmal alle. Warum hat Tide Man den Strom abgeschaltet? Was haben Sie getan, um ihn so zu verärgern? Ellie. W-Wissen Sie, was ein Marker ist? Ja. Die Unithologen in meiner Crew haben ständig davon geredet. Gibt es ihn wirklich? Ja. Tide Man hat mit den Kurz- und Schema-Teilen unseren Köpfen, meinem und Strauss, einen gebaut. Alles, was auf dieser Station passiert, passiert wegen des Markers. Ich muss zu ihm und ihn zerstören. Und Strauss muss mir sagen, wie das geht. Sie sind ein seltsamer Mann, Isaac. Werden Sie mir helfen? Da wir bald ersticken werden. Ja, ich helfe Ihnen. Gut. Hören Sie mir zu. Wir brauchen Strom. Ohne Strom keine Luft und keine Bahn. Auf der Sprawl muss es irgendwo Notaggregate geben. Ja. Die Solaranlage ist da oben. Aber die modert seit Jahren vor sich hin. Okay, gut. Ich gehe jetzt dahin und versuche sie zu starten, damit die Bahn wieder Saft hat. Jemand muss Ihnen die Kollektorenpaneele öffnen. Ich kann das machen. Behalten Sie Strauss im Auge. So. Dahin will er. Schauen wir mal, ob ich hier nichts vergessen habe. Schauen wir mal, ob ich hier nichts vergessen habe. Es sieht zwar alles gut aus. Dann gehen wir mal. Gut. Sehr gut. Huch! Kann ich die deaktivieren mit dem? Nee, kann ich nicht. Das heißt, ich muss die aus Entfernung explodieren lassen. So ist es. Das machen wir am besten mit dem Plasma-Cutter. Ja, die sind richtig mies, wenn man da keine Stase hat. Der spuckt nämlich die ganze Zeit so kleine von diesen Viechern aus, die an den Wänden sind und explodieren können. Und die haben gleichzeitig auch noch eine Schussfunktion. Zum Solaranlagenaufzug. So, ja, wir sollten mal einen Break machen. Ich bin gleich voll am Abziehen. Bis demnächst, euer Chojin. So, ja. So, ja. So, ja. So, ja.